So, da sind wir wieder zu High on Life. Ja, wir haben das Kopfgeld von Douglas einkassiert und jetzt müssen wir den zweiten noch machen. Und den können wir jetzt machen, pass auf. Oh. Kann ich nicht machen? Ich bin jetzt hier. Komm schon, kann er nicht sein eigenes Platz finden, um zu bleiben? Hey, das ist nicht richtig. Ich habe fast in einem Raum genommen. Du weißt, wir hatten ein Problem, fair und square. Gene soll verschwinden, Gene kann bleiben. Komm, wir lassen ihn hier. Wir brauchen ihn ja noch. Oh, jetzt weiß ich, dass du das auf purpose machst. Ich bin die Sister, nicht die Mom. Aber du wusstest, nicht wahr? Sorry, mein Bade. Du kommst zurück in, stinking wie Dirty Flimborg. Natürlich werde ich mich distraught. Du musst nicht mit dem Flimborg-Bord, du weißt? Okay, trust me. Beende hier den Streit, okay. Sie ist harmlos und nett. Du bist spazistisch. Und er ist noch nicht mein Freund. Ja. Trust me, Flimborg sind schlechte Neues. Komm schon, habe meine Brücke hier. Gene, du bist ein Weltraumrassist. Okay, ja, du hast mich da. Danke. Gott, ich glaube nicht, dass ich nicht mehr von diesem Mann kann. Was, du denkst, das ist einfach für mich? Wenn ich dich aufhörst, kannst du zumindest weg. Aber meine Legen funktionieren nicht. Ich bin dran, zu deinen Schweden, jedes Mal, ich versuche, meine Geschichten zu sehen. Ich kann nicht even peace and quiet in meinem eigenen Haus bekommen, weil es ein alien-Krippel auf meinem Kausch schlägt, 24-7. Hey, komm, das ist eine hohe Beispiele. Eww, ich war schade. Ja, ich auch. Ich war schade. Wir wissen, dass ich war schade. Wollen Sie nichts sagen? Welche Seite sind Sie denn? Naja, ich bin ja schon auf Ihrer Seite. Hey, okay, ich kann sehen, ich bin ein bisschen ein Bord. Schau, ich versuche, es zu halten, wenn ich meine Geschichten schaue. Nur, nicht, äh, legt mich zurück auf die Strecke. Ich will wirklich, ich will dir helfen. Okay, er kann bleiben. Aber nur, bis er etwas anderes finden kann. Ich bin glücklich, ich meine es. Aber ich habe schon halb meine Programme verloren, also kann jeder einfach aufhörst. Okay, das ist genug Erinnerung für einen Tag. Na, was guckt er da? Tanny und die Teenage. Denise Richards war schon ziemlich heiß damals, ne? Leider ist er alt geworden jetzt. Aber Paul Walker hat er auch mitgemacht. Witzig. Gibt es denn wirklich so einen Film, ey? Anscheinend, er ist ja ganz jung, ne? Ha! So, wir gehen jetzt nicht ins Funtler-Haus. Wir gehen erstmal machen den nächsten, ähm, Funti-Hunter. Und zwar, Douglas haben wir, dann machen wir jetzt Krubus. Hingerichtet, ja. Den nehmen wir auch an. Los geht's. Bin ein bisschen gespannt. Ähm, ist schon sehr abwechensreich, das Spiel. Macht Laune und, oh, und auch die Welten sehen sehr abwechensreich aus. Cool. Okay, schade. Gut. Na ja, ist dann so, ne? Wir dürfen ja ruhig wissen, dass wir da sind. Guck mal, wie bei Mario, die Pilze. Ein bisschen Mario-Style, das ist schon, ne? Okay. Okay. Also, beide Waffen sind schon ziemlich cool. Ach, guck mal, da können wir da längs gehen. Aber hier hinten geht's ja auch irgendwo längs, ne? Welcher Weg ist spannender für uns? Ich frage, welchen Weg ich da gehen kann. Hier komm ich ja gar nicht längs, oder? Doch, doch. Okay. Okay, das hab ich mal nicht gedacht. Es gibt bestimmt eng einen Trick schon wieder. So, wenn ich dann schalte. Okay, warte mal. Hat man da was getroffen? Okay. Also, man könnte irgendwie was da so schießen, dass man das trifft, wisst ihr? Okay, wir gehen erstmal hier längs. Den normalen Weg. Ah, perfekt. Das ist ja lustig. Witzige Sachen. Also, die Welten sind wirklich sehr fantasiereich, muss man sagen. Okay, jetzt wird's tricky wahrscheinlich. Okay. Wieder unten gelandet. Vielleicht erst schießen und dann es schwingen. Normal. So, wir müssen doch wieder ein Antennen-Ding. Oh, wir müssen Kohle holen hier. Quatsch! Okay, hier geht's rein. Mal gucken, wo's hingeht. Oh, jetzt hab ich irgendwas im Hals hier. Hallo. Okay. 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 Was war das? Der Gegner ist da nicht in der Ecke, doch scheiße. Oh Ich freigelassen. Ist das nett von mir oder sind die wieder abschießen? Anscheinend muss ich trotzdem abschießen. Ist doch ein Fernseher. Ich dachte ich bin Fernseher oder nicht. Ich meine das ist so ein Ten-Ding aber ich dachte ich bin so ein kleiner Fernseher finde ich. So. Wer ist er denn? Oh der sieht aus wie so ein Glücksbärchi. Haha oder? Hättet ihr noch die Glücksbärchis? Wirklich? Danke! Es ist so viel zu sehen, dass alle, die du kennst, um zu entschlafen. Das glaube ich. Na gut. Springe vorwärts und drücke dann B und wenn der Luft vorwärts okay. Das ist was wir die ganze Zeit schon gemacht haben ne? Über den Ball. Hey, ich habe eine Idee. Versuch den Mark mit der Fan-Plante. Oh, schau ihn an! Hallo! Ah cool! Man kann echt coole Sachen, also man kann so die ganze Physik ausnutzen hier so ein bisschen. Naja so viel Physik ist ja jetzt nicht ne, aber... Okay, shit, that village is swarming with Cartoonites. H-How do you wanna deal with this? I can't believe the Mobblut's living this crappy bitch. Their lives must suck. Yeah, well, we didn't sleep. Well, of course their lives suck now, but I mean they probably suck. G3 Jurisdictioned. Geil, wie die wegfliegen alles. Okay. Okay, jeez, all right, mehr combat, all right, let's, let's see what we got. Ein bisschen Schilder einsammeln. Wir sagen, was die nicht dagegen schießen. Ich glaube, dann sind wir auch platt. Oh, right in your ass, I think. Nah. Naa Ok, that was deserved Ist da einer Der hofft vor uns, ne? Aber jetzt vorne hin und so, ok Wo sind da hier, ok? Ah, da oben ist er ok Was ist das Ding rausnehmen hier? Oh, wir haben euch gerettet Oh, hi there Did you save me? Ja Haha We don't have much Maybe you should hit up our leader Hatte ein bisschen was von den Ewoks, ne? Auch So Glücksbärchis Ewoks Ich weiß Wo ist Krubus? Wir werden ihn für euch erledigen Wo ist er? Das ist schwierig zu antworten Seine Arbeit, obwohl der Ewoks, bleibt ihn sehr beschäftigt Er hat viele verschiedene Minden across Zephyr und es ist nicht möglich zu prädiken, wo er auf jeden Fall ist Ah, ein Mann in der Villa Mein Berater hat recht Es gibt einen Mann in der Nähe, der Krubus kennt und Zugriff auf ein Warpgerät hat Vielleicht kann er uns nützlich sein Er lebt in einer Villa auf der anderen Seite des Flusses Ok Wenn du sein Warpgerät in die Finger bekommst könnte das sehr nützlich sein Ok, sicher Ein Mann in einer Mansion Das ist der Plan? Er scheint ein alter Bekannte von Krubus zu sein Oh Gott, er ist drogensüchtig Nichtsdestotrotz könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen Er pflegt immerhin eine enge Beziehung zu Krubus und er scheint etwas disorientiert zu sein Richtig, wegen den Drogen und er ist immer noch böse, oder? Naja, er ist böse, also sollte es moralisch richtig sein Ja, einigen wir uns einfach alle drauf, dass er moralisch richtig ist ihn zu manipulieren Ich liebe es, wenn wir uns einig werden Ja, es ist so doof, dass die Stimme nicht hören kann Da Ok Dann lass mal da rüber zu dem Da ist die Villa Müssen wir hier hinten durch, oder? Oh, es gibt vielleicht nen schnelleren Weg Mal gucken Ah, ok, warte mal Ich bin dann da drüben, ist noch so ein Antennending Oder auch nicht Oder auch nicht Da fehlt mir doch irgendwas, würde ich behaupten Oh Oh Das war dumm Ok, warte mal Ok 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 Wo sollen wir denn hin? Da gibt's nen Weg durch? Oder was Da müssen wir längs Ah ok, hier gibt's die Weg Hier ist auch ne Station Kommt nochmal rauf Kommt nochmal rauf Und dann kann sein, dass das auch so ein Warp-Can da oben noch ist Mal hier, nimm er auch mit Alles mitnehmen was wir finden, ne? Ein Warp-Can Oh Ich glaub doch nen Weg da oben noch weiter Oh Mann ey Wenn man zu schnell runterjumpt Ok, hier geht's nicht weiter Aber wir müssen trotzdem da drüben irgendwo hin Wieso müssen wir diesen Weg gehen hier Wenn jemand in den hier Ich glaube wir können jetzt Wir können jetzt Du bist derjenige der Die 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 Fliegt doch nix. Wie soll man denn da rüberkommen? Okay, ich konnte da rüberjumpen. Ich dachte, das war jetzt zu weit gewesen. Wir sind schon richtig hier. Ach so, okay. Okay. Ein Freund ist auch nicht verkehrt. Okay, warte. Als Katapult kann man das nutzen, auch nicht schlecht. Warum bin ich hier? Kann ich da ran? Ich will ihn auf dem großen, großen Lippen. Ich will ihn auf dem Mann und ihn jetzt. Wie ist das? Das ist normal. Das ist, was du machst, wenn du in der Welt bist. Wie geht's auch noch weiter? Aber kurz abgesprungen hier, warum auch immer. Das ist, was ich mir vor kurz einsammeln kann. Ja. Alter labert er. Da hat lieber ein bisschen Spaß bei der, bei der Einbesprechung. Ich will uns über die Ich will uns über die Schöne und das großartige Kleine für die Komönerinnen. Schöne, Depper. Aber da. Müssen wir da rüber? Oder da hin? Die Frage, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier längs müssen, aber den Weg gibt es auf jeden Fall. Gut, hier finden wir schon einige Sachen. Was machen wir an der Wehe, ah, da geht es runter. Hallo. Achso, bei ihm kann man Sachen kaufen. Guck mal, was er da hat. Was hat er denn da? Durch Dura-Health-Dreng einige Kopfgebirge wollen nicht sterben und dieser gibt auch Sinn, denn wenn du in dieser vernünftigen Kopfgebirge bist, füge mehr Tanks hinzu, damit du mehr Gesundheit speichern kannst. Das machen wir doch mal. Auf jeden Fall, ein bisschen mehr Leben ist immer gut. Und was ist das hier? Mehr Munition? Mehr Munition? Trotzdem legt die Emotion aus. Oder du kannst einfach überhaupt nicht mehr... Die müssen wir wahrscheinlich noch einsetzen gleich. Hat er noch mehr Sachen hier? Oh mein Gott, ist jemand da? Oh mein Gott, ist jemand da? Oh mein Gott, bitte komm her! Oh mein Gott, bitte komm her! So. Boah, da redet aber ich ganz schön viel. So, lass mal was gucken. Inventar, Verbesserung. Einige Kopfgebirge? Habe ich denn schon... Sind die denn schon drin? Das ist meine Frage gerade. Mods. Keine Mods. Kein Mod angelegt. Mod anlegen. Ich habe noch keine Mods dafür. Okay, Verbesserung. Zeitblase. Sweezy. Weezy. Okay. Das heißt, die haben wir schon drin jetzt hier. Automatisch. Scheint. Ah, guck mal, jetzt habe ich 130 Leben. Okay, jetzt sehe ich jetzt gerade unten. Gut, und Schluss haben wir zwei mehr bekommen. Ist auch nicht so viel jetzt, ne? Aber immerhin... Immerhin ein bisschen. Mein Gott labert er. Ich kann mir das gar nicht anhören die ganze Zeit. Mein Gott labert er. Ich kann mir das gar nicht anhören die ganze Zeit. Ich kann nicht allein raus. Sind sie zu verabschieden. Ohne 하나? Nicht äh. Die in trud اللauen. Du kommst genau so mu orderly. Du kommst. Es wird besonders. Alles na� Indeed. Du kommst gar nicht mehr. Diese Abstrainy? Oh, okay. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Woher denn hier? Ist der Boss hier oder was? Also der Miniboss vom Kinklobber? Alter, reicht es aber auch langsam mal. Okay, auch der Weg hier. Krass. Hätte ich gleich auch mit dem Fächer da zerstören können, weiß man nicht. Gut. Schon nervig. Gehen wir mal rein, ob er dieses Warp-Gerät hat für uns. Oh, ja. Yes, sieht gut aus hier. Okay, gib uns das mal. Gehen wir mal rein, dass ich da nicht so gut bin. Okay? Es gibt auch ein ungegeltes Warp-Disk. Warte, was da drin ist, ich will. Warte, was da drin ist, ist frei. Es gibt eine große Warnschwebe und verwende sie, um dich an einer belieben Basis oder einen Teil des Weltraums mit dieser Korinär zu warpen. Find auf einen Gang Nord und warpe dich weg. Oh man, go nuts. Warpaholics. Wow, thank you. Hey, hey, come here, come here, come here, come here, come here. Lean in close, get close to me, man. Ich bin sicher, Krüger hat dir gesagt, ich bin hier auf Zephyr, auf einem neuen DeLarmo Land Resort. Ja, ich bin so Ranchi DeLarmo, CEO DeLarmo Industries. Dieser wird noch besser sein als der auf Glassport 12. Trust me, man. Dieser Mann ist so arbeitend, immer von Seite zu Seite. Er hat ca. 30 verschiedene Minden, überall auf Zephyr. Denkst du, ich kann sich daran halten? Fuck. Ich sehe ihn, wenn ich ihn sehe. Warum liegt deine Leiche überhaupt? Okay, wir haben ein Warp-Divis. Das wird hilfreich. Warum benutzen wir ihn, um diesen River zu crossen, damit wir mit den Mop-Divis mit ihnen sprechen können. Ach, recht. Wir waren direkt über Warpen, oder? Okay. Wie war dein Warpen jetzt? Gucken wir mal. So, Gegenstände. Warpscheiben. Schnellstraße, Warpscheibe. Okay. Hm. Aber wie? Und da vielleicht? Welche wir runterjumpen? Weiß nicht. Genau. Einen war. Hört? Okay. 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 Ich könnte dir helfen. Ww, 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 war das nicht so schön? Ok, sehen Sie später. Ich werde wieder ins Genes olde Pornarchivien. E. AI kann ich, was du? Schaut, schöne Worm! Ich habe meinen Gebrauch mit dem Bord. Du möchtest mit einem Modlauhrleiter in die Leute, weil das sozusagen was wir jetzt tun sollen. Das ist so. Ich kann da hochspringen? Ah doch, geht, ne? Wussten die ja blöde Lieder nochmal. Da irgendwo, ne? Da oben sitzen die? Okay. Schlag mal bei dem, um an diesen Crudus ranzukommen. Leiser. Wie ging es dir mal? Oh Ranchi, ja der Typ hat wirklich ein paar Schrauben locker, aber er hat uns in der Grunde dieses Warp-Gerät überlassen. Bei den Göttern, ihr habt es geschafft, ihr habt das Warp-Gerät? Das könnte tatsächlich funktionieren. Ihr gebt uns weiter Hoffnung, großer Retter. Mit diesem Warp-Gerät könnt ihr Crudus direkt hierher teleportieren. Wie unvorhersehbar. Aber leider braucht ihr seine Koordinaten und eine leere Warp-Scheibe, auf die ihr sie koordinieren könnt. Hm, macht Mist. Die bekommt ihr unmöglich. Das Zeug ist in der Minen, ihr könnt einfach hingehen und es holen. Oh stimmt, nehmt diesen Zugangscode und geht runter zu den Minen. Dort ist alles. Was ihr braucht. Oh perfekt, danke, wisst ihr, ich hab doch schon den ganzen Plan für uns überlegt. Das bedeutet mir wirklich viel. Das erklärt die Dinge für uns, weißt du? Wie auch immer. Wir kriegen das schon hin. Da sind die Minen da hinten, okay. Okay. Okay, lasst uns den Passcode und gehen rein. Nice. Wir sind ja keine Gegner. Miele im Vorort. Wie auch immer. Wie auch immer. Ist das so einfach? Die gute Sache über Bugs ist, dass niemand eine Scheiße gibt, wenn du sie töten. Holy Scheiße, sieht aus wie der G3 in den Problem. Vielleicht werden sie das selbst ausprobieren. Wollen wir denen helfen? Es ist schön, dass sie etwas schuldig zu töten. Wahrscheinlich dauert es aber ewig, bis sie fertig sind. Mein Geil! Ah komm! Wollen wir gehen helfen? Wollen wir gehen? Fuck, Mike! Fuckin' little freaks! Was? Ne, hab ich noch im Fernseher gesehen? Aus dem Fernseher sag ich immer, ne? Ihr wisst ja was für mich. Was? Ja! Ich weiß nicht! Geht hier rüber? Unscheinend. Ah, guck mal. Ist das die Entrance zu den Minden? Jesus, die haben wirklich dieses Ort gebrochen. Ich wusste nicht, was es so schlecht gemacht hat. Diese Leute haben einfach nicht gebrochen, machen sie? Oh, sie haben es gebrannt. Ich muss ehrlich sein. Sie wissen, sie haben noch nicht gebrochen, aber es ist noch besser als unsere Freunde. Geht hier! Oh, они weil es das nicht gebrochen ist. Oh, crap! Du bist das nicht tot, wenn sie mal wieder rüberknt haben. Oh, wir sehen uns schon wieder. Oh! These guys heal! Other 2, 3! Oh, du bist! Dsch! Oh! Ah! Oh, du bist! Das war's für heute. 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 Oh nein. Das war's für heute. Hey, war runter so, ne? Hey, well, don't shoot the hookbug. That's probably somebody's pet. All right, we're looking for a blank warp ticket and some way to find out where Krubus is. Let's get to work. Fuck. 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 Ja. Eißkalter Killer! Hallo! Würdest du finanziell den J3 unterstützen? Klumpenschuss, okay. Das muss man wahrscheinlich nicht einbauen. Warum auch immer. Da gehts irgendwie längs. Okay. Wow, da gab es auch nicht Punkte. Ne, doch nicht. Das sah nur so aus. So, ausgestellt, die Scheiße. Ja, wir werden ihn schon retten irgendwie. Jetzt geht er wieder durch. Ich hab Glück gehabt, weil das Ding hätte jetzt auch schon hochklappen können, oder reinklappen können, wie der der Fächer, weil ich so lange drauf stand. Ich bin der Neutron. Ja, sicher. Wir sind hier für Arbeit. Fantastisch. Du bist sehr stark. Ich denke, die Team wird wirklich gerne dich lieben. Wir werden dich alle bereitstellen. Gehen in die nächste Runde und finden einen Platz für Arbeit und gehen ohne mich. Ich habe noch nicht diese Chair in Jahren, und ich habe noch nicht gedacht. Oh, du sagst, du bist hier. Hey, du bist der neue Office clerk, oder? Okay. Haha. Ach so, okay. Ach so, okay. Ach so, okay. Kann ich einlegen? Ah, okay. Haha, lustig. Das ist wild, Mann. Hyperfeast. See you there, girlfriend. You're my girlfriend. We're dating. Oh, my God. I'm going insane. I'm going fucking nuts. What? Oh, my God. I think my brain is breaking. I think doing this job is making my brain break completely. Oh, yeah. Me too, me too. It's funny. You don't mind your brain breaking? Hey, wie viel was man machen davon? How much did this fucking not-miss nightmare work? No, no, it's not. It's cool to just give into a broken brain. I can't do math. And done, finally! I can't do math anymore. And if I stay here another year, I think I'll forget how to say three-syllable words. Fuck you. Honestly, it doesn't sound so bad. It's not bad. It's terrific. Fantastic. Amazing. Three words I won't be able to say next year, so savor the milk. Oh, buddy. I will. You know, I kind of don't mind this at all. Ow, paper cut! Ah, just kidding. It would've been you. You would've been the one to get the paper cut. Ah, are you missing me? Ah, are you missing me? The door. The door. Ah, right, right. Damn. I just remembered I had something going on at the door. Oh, damn. Oh, damn. Is that ironic? I never really know. Holy shit. I'm gonna blow my fucking brains out. What? Oh, I didn't see you there. You still sit here? That's so funny. Yeah, this is so much fun. Okay, yeah, that makes sense. It does, it does, yeah. I think if I sit back down at my desk and my soul just can't leave my body. Okay, well, I've got work to do. Yeah, I know, me too. I have to do all this fucking work. It's the whole fucking problem, man. Work. Just because you used to be married doesn't mean you can keep leaning on me to work through your issue. That was one night. We got married for one dumb night and had 16 kids. Oh, okay, we're done. No more paperwork. Did you hear me? I said no more paperwork. Not even a fourth stack. Okay, good. Good damn. You have to do all the papers like the son of a bitch. Like a real bitch you are. Fuck you. You're promoted. You're free to go into the crew of his office. Why? Because fuck you. That's why I don't need a fucking reason. I'm boss. McBossington. And I'm in here jerking off or whatever. Fucking other stuff too. I don't give a shit. You didn't want me to leave alone. Oh geez. Yeah, no I didn't mean it. I'm so sorry. I ... Okay, the coordinates. I didn't mean to bother you like that. He, 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 he. He, 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 he. He, 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 he. He, he, he. He, 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 this is, he's not why I came out. So this must be Krubis's office. There's gotta be something here we can use. Guck him. Crubis where are you? This is Garmantuous. Ich habe nur ein Loggericht und du bist drei Tage hinter dem Schädel mit der neuen Anwendung. Aber du wißt du was? Das ist nicht so großartig! Diese Furgles werden nicht wert sein, wenn wir Menschen herausfinden können. Wir müssen sogar diese ganze Operation unterbauen, um alle Hands-On-Decke auf der Erde zu bekommen. Ich gebe dein Territory an die Skrendel-Brothers, und habe sie ihre Facilität expandieren, um mehr zu erfahren, über diese Menschen zu erfahren. Oh, du hast noch einen von diesen F***er probiert? Oh Gott, das High? Das High? Es ist andere, weltweit. Ich kann nicht glauben, dass eine Spezies wie diese wirklich existiert. Menschen! Haha, wer hätte das gedacht? Anyway, nicht wiederum, auch wenn es nicht wichtig ist, oder ich werde dir selbst verbraten. Oh, schau dir das an! Er hat seine Koordinaten auf dem Kalender gemerkt. Scheiße! Okay, jetzt brauchen wir nur ein Blank-Warp-Disk, um das zu encodenieren. Okay, wo kriegen wir eine leere Diska? Ist die Frage. Denn, ich weiß nicht, Nee, ich weiß nicht, was, was das, was das! Wenn ich nicht mit mir geliebt. Wenn ich mich leider habe. Ja, das Bedeut. Also das, was er. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, was das Bedeut. muss ja immer so ein ding sein wo wir den füchertreffen können das andere perfekt ist ja wo ich eine leere warpscheibe finden kann das war phase der g3 plopped an der holy land dad you'll reclaim the sacred ground that rescue prince chose and then he'll give us a blank disk yes so yes we can we can help each other how what a fortuitous happenstance das ist yes und such according to the prophecy so you trust your leaders to prophecies Ist er ein guter Prinz? Die Prophezei nicht garantiert, dass er gut ist. Es nur sagt uns, wer zu wählen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn jetzt nicht die Zeit zu kritisieren uns. Ich bin nur... ...distressed wie es ist. Ich mache mein Job. Also... Was ist dein Plan? Wir haben angefangen unsere Resistenz. Nicht nur die G3 uns schlafen, aber sie haben desecretiert unsere Wünsche. Und haben schadet mit unseren lieben Prinz. Prinz Chosen. Das ist er. Oh, das ist verrückt. Also hast du diesen G3-Merk ausgetauscht, um deinen Prinz zurückzuziehen? Oh, hm. Ja, das ist smart. Nein, wir haben das überhaupt nicht gedacht. Aber wir wissen, wo der Prinz ist. Sie haben ihn mit den resten unserer Wünsche, wenn sie in eine neue Basis warfen haben. Also willst du es rausziehen, und dann zurückzuziehen die Throne Room? Oh, heavens! Würdest du wirklich alles für uns machen? Die Basis ist gerade über diesen Tunnel. Danke, 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 danke. Okay, wir sind weg. Okay, ich kann nicht hören. Oh, sie ist gerade. Wow, wir müssen uns ein Prinz. Ich bin ein bisschen nervös. Ich hoffe, dass er auf der Hype ist. Hey, listen. Wann ist ein Prinz? Everland, jemanden? Oh, scheiße. Das muss sein Ort. Okay, wir sind weg. Was heißt sie gemeinsam mit ins G터zi? Okay, wir werden eigentlich nicht gew Northen. Oh, das ist ein Prinz? Oh, ich binosser. Uh, ich binодар metre. Oh, man. doin'. Okay. uled mal! Ah casa? Du sie, whie ist distingu full. Oh, ich bin der Blubber, ich bin der Exotisier. Okay, wie geht's mal hier raus, ist die Frage. Okay, da oben die Frau. Ah, hier, guck mal, hier. Los geht's. Testen wir das mal. Ich weiß nicht, wie die aussieht, die heilige Städte. Guck mal, der ist fertig. Jesus, Jesus, wir haben dich einfach geholfen, vielleicht könntest du mich ein bisschen dankbar sein. Geholfen mich von was? Ich bin gut. Wir haben uns gesagt, du hattest eine Art Blank-Warp-Disk. Huh? Ja, 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 sicher. Ich habe ein paar. Okay, wir haben alles, wir brauchen. Wir gehen zurück zu Ranches, und schauen, ob wir uns bei den Echt machen können. Was ist das? Prinz Chosen, was hat er zurück. Das ist der Prinz-Chozen-Konferenz, was du erwähnt? Ja, ist er das incredible? Ich bin einig, okay. Wo ist meine Mom? Ich bin Audrey. Ich bin der Ball, ich bin der Gott. Prinz-Chozen-Konferenz, ich bin so sorry, aber... ich kann es den prinschosen wollen jetzt zuzuhören so geht's Und zurück geht's. Wow, das war im letzten Moment. Uns wäre da voll gegengeprallt. Oh, okay. Oh, da sehe ich auch noch wieder Sonnen. Eine kleine Antenne. Wir holen noch mal schnell die Karte von hier runter. So, jetzt wird der vielleicht einen Kampf noch geben, ne? Hey, Richie, wir sind zurück. Lass uns rein gehen. Hey, du bist zurück. Oh, danke Gott, danke... Oh, eine Maschine hier. Okay, sieht aus, wie es funktioniert. Ich brauche eine Van. Oh, ich brauche eine Van. 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 Oh, Jesus Christ. Mann, hey. Bist du okay? Bist du einen Herzattacken? Oder... Bist du Furgel mit Drone? Okay, da geht's. Zeit, den Krubus in zu werpen. Und dann, du kennst ihn. Wenn wir... Wenn wir können. Bist du bereit? Okay, hier können wir das machen. Direkt machen oder? Hey, ich habe eine verrückte Idee. Was, wenn wir einfach diese Maschine für Krubus' Basis nehmen? Los geht's. Ich bin mal gespannt. Okay, er sieht ein bisschen... Oh! Wow! Alter! Er sieht mal heiß aus. Muss man leider mal sagen. Oh! Oh! Okay. F 내 kriege ich, was ... Ich pup... Ich أle küche hier! Je получ Suz'üş? Ich hab's. Was ist das? Ich weiß nicht, dass du da wirst. Das war's für heute. 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 Good work. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. Go, 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 go. Check this out. Hello, go, 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 go. All right, go, go. Go, 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 go. Yeah, go, go, go. Go, 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 go. Da, da schnacken, there, go, 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 go. Vielen Dank.